moin moin meine lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von let's play monster world und wir sind gerade da wo die credits aufgehört haben keine sorge ihr habt nichts verpasst keine coolen sequenzen oder so einfach nur credits die runtergelaufen sind und ja jetzt sind wir wieder zurück hier in der stadt und mal gucken wie es so weitergeht na jetzt hätte ihr was cooles verpasst deswegen habe ich rechtzeitig wieder angemacht sie mal an ich wusste es war nur eine frage der zeit bist du bereit loszuziehen die neue welt wartet gehen wir jagen so unser jäger rang wurde jetzt freigeschaltet also die begrenzung und wir können jetzt theoretisch auch eisborn bejagen das möchte ich allerdings noch nicht unbedingt erst mal gucken was andere leute gerade machen damit wir uns ein bisschen vorbereiten können auf eisborn mal sehen ob da irgendwas ist der ältesten fresser haben wir hier hier haben wir noch fürchterliche monarchie das auch übel weil teostra und luna stra ist auch ziemlich böse allerdings habe ich die aufgabe noch gar nicht so mal sehen hier achtung besondere aufgabe da gucken wir eben was wir hier an besonderen aufgaben so haben was hier so oh ja hier da haben wir eine so die kümmer mit der zeit und auch alle fertig machen wer hier mit allen reden und erforschungsbasis irgendwas vorgefallen richtest du das aufbrechen jetzt nicht gerade und das ist glaube ich die lunastra quest hier die sengende sonne das sind diese ganzen monster die später eingefügt worden soweit ich weiß lunastra und dem ja ist ja auch neu alles klar ich denke ich verstehe die situation allerdings weiß ich nicht wie sie einzuschätzen ist ach so das vertont ja gut dann lass das an hier wir sollten sicherheitshalber nicht zu nah ran aber dem aussehen nach zu urteilen ähnelt keines seiner merkmale dem was wir als lebewesen bezeichnen würden sagst du etwa diese kreatur könnte aus einer anderen welt stammen ach das scheint in letzter zeit ja häufiger zu passieren ich glaube dass wir die antwort darauf es gibt oh nein nee ich weiß was das ist das ist wieder so ein cross promotion teil ich meine ich finde so witcher ja wirklich toll aber ja ach schon wieder verdammte portal und die leute wundern sich warum ich die hasse moment ihr seht mich nicht als feind das meine ich sowas zerstört finde ich die ganze atmosphäre der dritten flotte und du bist herald von riva hexer habe ein monster im wald verfolgt als ich hierher transportiert wurde aber eine art magie muss mich in diese welt gebracht haben toll magie in unserer welt das klingt wie aus einem märchen was du sagst ist schwer zu glauben aber was wir gerade gesehen haben lässt uns wohl keine wahl die die kenne ich recht gut wie ist der hierher gekommen der kam aus dem uralten wald wenn wir dahin gehen finden wir vielleicht heraus warum du und ein necker in unserer welt seit ich fürchte allerdings dass monster aus einer anderen welt die möglichkeiten der forschungskommission übersteigen ich sag dir was ich bin zufälligerweise ein monsterjäger also kann ich mich um euer problem im wald kümmern das kostet natürlich etwas gut wir zielen auf dich ja gut das können wir eigentlich durch klicken weil das finde ich wirklich ja auch nicht schön aber irgendwie machen die das von monster hunter immer irgendwelche auch von megaman oder so gab es mal was da konnte man so die katze irgendwie als megaman verkleiden nein ich möchte gerald von riva gerade nicht helfen und ich dachte das wäre irgendeine coole quest also wie gesagt ich mag witcher 3 sehr gerne und wenn ich witcher 3 spielen will dann macht das auch wirklich sehr viel spaß und habe ich auch durchgespielt bis auf das eine dlc was ich nachholen möchte aber das spiele ich dann wenn ich Witcher 3 spielen möchte und ich hasse das einfach wenn spiele dir irgendwelche andere spiele aufdrängen wollen genauso wie final fantasy ich finde final fantasy gehört einfach nicht in monster hunter world rein das ist vielleicht bin ich mit der ansicht alleine keine ahnung aber naja bereit zu gehen ah das ist mond aber es ist monster hunter eisborn willst du diesen gerüchten über einen legianer im uralten wald mein nachgehen partner ja das machen wir glaube ich in der nächsten folge oder so wir können jetzt erstmal den suramag daraus hier leiten klingt ganz gut also haben wir auch zwei leute mit dabei das geht dann sicherlich relativ schnell so und dann können wir so ein bisschen darüber reden wann bei eisborn machen weil eigentlich gab es noch eine questreihe die also die man gemacht hat bevor es eisbonob gab ich weiß nicht ob sie entfernt haben aber die würde ich eigentlich lieber erstmal machen muss man so tempered monster jagen und alles aber irgendwie scheint es diese questreihe nicht mehr zu geben zumindest verleitet mich nichts dazu an die stahlakniten haben sie wahrscheinlich schon runter geholt gt okay würde ich sagen helft mir den mittel das letzte gefecht beginnt jäger es ist mir egal was es kostet ihr müsst den suramag daraus so weit wie möglich schwächen das ist die letzte version es gibt keine zweite chance alles ist verloren wenn der suramag die barriere durchbricht ach jetzt müssen wir ok hier drüben ich glaube nicht dass das trifft der henry ist auch schon dabei ok hat er ihn angebunden und der waren ach so der ist da hinten ok dann nehme ich glaube ich die kanone hier ich glaube da passend fünf kugeln rein ach was ok wir müssen irgendwie seine vorderseite treffen wenn wir drüber beziehungsweise auf ihn schießen scheint das keinen effekt zu haben was hin Ja, Lea. Hä? Bei ihm ist nicht leer irgendwie. Bei mir allerdings schon. Bei mir leer und bei ihm nicht. Seht ihr das? Läuft ja immer noch hin und her. Das ist ja komisch. Ich gehe mal unten aufs Schiff. Wobei da schießt schon jemand. Ja, da ist jemand, okay. Dann brauche ich das nicht machen. Ach, wir sind sogar zu viert hier. Ja, schön. Ah, jetzt habe ich wieder nichts. Kann ich ihn damit Schaden machen? Jo. Aber wahrscheinlich nur, weil er sich in letzter Sekunde da befreit hat und meine Kugeln mit dem Kopf abgekriegt hat. So, vielleicht kriegen wir den Edelstein. Deswegen habe ich das nur gemacht hier. Aber wie gesagt, ich will auch gleich mal gucken, wenn wir hier fertig sind, welche Missionen momentan noch verfügbar sind. Weil eigentlich sollte es dann noch welche geben. Über einen gewissen Jägerrang. Ja, das ging voll drüber. Ich habe immer das Gefühl, dass die so eventuell hinten drauf fallen könnten. Aber nee. Hinten drauf liegen, so auf den Nacken oder so. Und dann ist er. Sehr schön. Haben wir gewonnen. Leider kein Edelstein. Trotzdem gut. Na ja, und ich nehme, was ich kriegen kann. Ich sage mal so, Teile zu kriegen ist immer sinnvoll. Na, ob man sie gerade in diesem Moment braucht oder später, ist das mal egal. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Monster. Nee, will ich gerade nicht. Aber danke, dass du mich jedes Mal fragst. Oh. Besondere Aufgabe. Besucher in einer anderen Welt. Besucher von einer anderen Welt. Doch aus einer anderen Welt. Hier haben wir jetzt Folge dem Saphir stehen. Das ist eine heftige Aufgabe. Die können wir nicht machen, weil wir den Jägerrang nicht hoch genug haben. Aber wir können eben kurz gucken, welche Untersuchungen wir haben. Und dann eventuell Leute dafür einladen. So, Ajak, Uragan oder Theostra? Ich würde sagen, Theostra ist eigentlich ganz cool. Ist aber keine sonderlich gute. Heimat der Ältesten allerdings. Ich gucke nochmal, ob irgendwas von anderen Leuten da ist. Sonst machen wir die. Ältestenfresser nochmal. Oh ja, das ist gut. Na, Gigante mache ich halt immer so gerne. Weil der auch immer echt tolle Sachen hat. Reißender Wind des Zorns wäre auch ganz gut. Da gibt es eine gute Brustplatte. Von dem Typen. Wir haben auch den Edelstein ja schon. Da ist Handwerk drauf, glaube ich. Ich glaube, das war Handwerk. Und Pedro Henrique. Den hatten wir doch schon heute. Den haben wir schon zusammengespielt. Hm. Aber ich denke, dass es nicht mehr so lange dauert, bis ich zu Dings gehe. Zu Iceborne. Weil ich möchte eigentlich gerne meinen Meisterrang dann erhöhen und so weiter. Außerdem kann ich, sobald wir Iceborne durch sind, gehe ich auf meinen Charakter, der schon ein bisschen was gemacht hat. Und mit dem werden wir dann spielen. Nicht, dass ich den Charakter hier doof finde oder so. Ne, das nicht. Aber ich wollte euch einfach, dass wir von vorne nochmal machen. Und deswegen habe ich den ganzen Charakter hier überhaupt gemacht. Und wenn wir an dem Punkt sind, wo der andere ist, dann können wir auch auf dem wechseln. Und ja, dann haben wir ja so das Iceborne Endgame vor uns. Und da bin ich mal gespannt. Wobei ich sagen muss, dass ich bisher so ein bisschen nicht enttäuscht war. Aber es ist wirklich schwierig, Leute zu finden für die guten Sachen. Also gute Leute. Ne, also ich weiß noch Kulvetarot. Ich weiß nicht, ob das Kulvetarot tempered war. Auf jeden Fall sind die Leute so oft gestorben. So verdammt oft. Das war echt nicht mehr feierlich. Oh, Henrik. Pedro, Henrik. Du warte ein bisschen zurückkomme. Ich komme zurück. Glaube an mich. Ne, ich muss eben was gucken. Und zwar brauche ich die Mernos oder Banos Lederhaut hier vorne. Das fällt mir gerade so ein. Und oh, Kulvetarot Goldsplitter. Hui. Aber hier sind die anderen gar nicht. Die heißen, glaube ich, Banos. Na gut, dann gehen wir zum Nährgiganten. Wir wollen ja nicht, dass die das Renns alleine machen. Ich glaube, der hat Angst, da alleine rein zu gehen. Komischer Typ. Okay, ich kann ihn irgendwie verstehen. Ne, Gigante ist ziemlich brutal. Oder kann ziemlich brutal sein, besser gesagt. Nein, aber ich kann ihn nicht Aldaon- Sauber- Bauch. Gott ist das ein Brutalo Egal wir haben durchgezogen Und er hat mich nicht getroffen Sehr schön Ja gut, die Bombe kam ein bisschen spät Man kann nämlich, wenn man richtig gut timet Den glaube ich in diesem Flug runterholen Das ist natürlich richtig nice Okay, ich weiß nicht, wie er mich da hinten getroffen hat Aber er hat's Alter Schwede Geh mal weg Jetzt glaube ich das erste Mal, dass er es schafft, bei mir da hinten reinzukommen Und irgendwie kann man alles, was ich sage, irgendwie pervers auslegen So viele Sachen, die man out of context hier posten kann Okay, ein gigantischer Schwanz Sehr schön Den hatten wir noch gar nicht Wundert mich eigentlich Das war dämlich Ups Das war auch dämlich Ich hoffe, Scheiß ist nicht nachtragend War ja nicht meine Absicht, darauf zu schießen Jo, klar Alter, was hat denn der für eine Hitbox, bitte? Ich war unter ihm Nicht vor ihm Habt ihr das gesehen, was der für eine Hitbox hat? Bitch, please Naja, er ist down, aber trotzdem Das hätte nicht sein müssen am Ende Unsterbliche Drachenschuppen Die hatten wir übrigens gebraucht Für die Für die Augenklappe Deswegen ganz gut, wenn wir ein paar kriegen Weil Die verbrauchen sich nämlich ziemlich Ich glaube, sie haben sich ziemlich verbraucht Dadurch Ich glaube, man brauchte sechs Stück dafür Und ich hatte glaube ich Zehn Keine Ahnung Ich habe zehn Stück hatte ich So, mal sehen, was wir hier bekommen Bitte was Gutes Na ja Ein paar Kugeln Ja, war trotzdem eine coole Folge Wir haben einige Sachen hier fertig bekommen Beziehungsweise Zwei schöne Monster jagen können Und ja, irgendwann machen wir die Geralt von Riva Aufgabe Allein, damit das nicht immer ständig aufploppt Mit dem Und ja Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen Ich wünsche euch noch einen Wunderschönen Tag Wenn es euch gefallen hat Däumchen nicht vergessen Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Bis dahin Ich wünsche euch was Und Tschödelüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü